die 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 hey Leute, welcome back zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal FBI Chef Tim wir haben den 1.11. 15.53 ich nehme gerade im Anschluss auf das heißt, ihr habt glaube ich den zweiten oder den dritten, kommt drauf an wenn ich das Video hochlade ich habe mir zwei Kreiszen gerade eben gekauft ich weiß gerade nicht, was ich hier mache so, als erstes kommt das mal weg so, weil dann habe ich nämlich dieses blöde Ding nicht mehr hier dann kommt und das würde ich mal sagen so, zwei Messer kommen hier easy, easy dran easy peasy so ich mach das mal lieber so perfekt und dann kommen die würde ich mal sagen darin so knapp da drüber, ja so und dann kommen jetzt die kleinen Spielzeuge würde ich mal sagen da da sind sie die unsere neuen kleinen Spielzeuge so ich habe keine Punkte mehr ich habe keine Punkte mehr in der Fraktion Enginers ich brauche einen Punkt um genug zu sein ähm jetzt habe ich wieder Punkte in der Fraktion Enginers so da sieht man, dass es gleich rotiert doch doch mach mal so perfekt passt sitzt und ist nagelfest nee Tornado sieht auch nicht allzu geil aus da drauf und hier nicht zuschauen sieht schon nice aus so das gefällt mir mal eine kleine Testfahrt eine Endless Waffe haben wir ja noch hier drauf Boah geil und da rein mal jetzt einfach voll in die Seide rein voll in die Seide hier so ist es schon viel besser na Leute so kann man schon viel besser kämpfen ich weiß schon was ich in den neuen in der nächsten Folge mache ich bin ja gerade so in die in die Idee reingekommen als ich das hier gedrückt habe Leuten Angst einjagen ne äh leider Entschuldigung dass gestern kein Horrorvideo kam wegen Halloween und so'n Scheiß ich habe es verpeilt ich habe vergessen aufzunehmen und deshalb konnte ich nichts hochladen ich hatte keine Lust nochmal es zu machen deshalb mhm sorry das nächste Mal keine Sorge so genau ich habe einen neuen Beifahrer jetzt und zwar Stocktaub weil auf dem einen Panzer den ihr in der letzten Folge glaube ich ganz am Anfang gesehen habt ne habt ihr nicht gesehen mhm klar den Blueprints sehen und zwar der hat ein Geschütz zu hoff deshalb habe ich das dann gemacht ah ja hier sieht man auch nochmal die Messer Spiegel Corsaris ja Füchse kennt ihr ja schon den kennt ihr auch sogar schon und ja genau 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 Stangenbohrer wir haben alle eine gleiche PS das ist cool schön 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 gut er wird eine kurze Folge ich sehe es jetzt schon komm wir machen ein paar Gefechte ok irgendwer kenne ich nicht gerade so kenne ich schon weil sonst wäre ja nicht mein Buddy aber hm sind wir noch ein Clan online ja er und irgendeinen Stein Kopf jetzt dauert das so wieder so lange huuuu langweilig leicht müde bin ich noch so wo geht man denn hin ich würde sagen wir fahren voll in die grüne Suppe mhm ernsthaft achso meine Schrone ok Abschlusshilfe leider nur ach ach deshalb ich habe keine Waffe mehr ich dachte gerade schon auf einmal wo ist denn meine Waffe hin von wo auch von da meine Lieben ich würde ja ich war so gut wie tot naja kann man nichts machen ich würde sagen kurzer Cut und ihr seht mich dann in einem neuen Fight wieder bis gleich da bin ich wieder Leute neuer Fight und ne wir haben so ein 899er im Team ach der wird schon irgendwas können soll ich jetzt anschieben oder was mein Süßer ach ach das ist ein Louis dieser Jakob gehört mir er hat sich glaube ich ein bisschen verschätzt mit meinen mit meiner Kraft weil der ist nun jetzt gleich tot wenn ich ihn richtig hätten hinten könnte man ja und ich habe mich mit deren Kraft verschätzt wahrscheinlich weil die haben jetzt ja die sind ein bisschen stärker als ich hm zu optimal ich würde sagen man sieht sich in einem neuen Fight dann gleich wieder an dieser Stelle nochmal einen kleinen Cut bis gleich da bin ich wieder so schnell gehts Leute also für euch war das eine Millisekunde für mich war es 20 Sekunden oder so eigentlich wollte ich jetzt schnell was machen aber konnte ich nicht hmmm naja passt schon ich zieh mich mal lieber zurück würde ich sagen ich zieh mich mal lieber zurück würde ich sagen schau ich schau schau ich schau Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist gut, das ist gut, das ist alles gut, das ist wunderbar. Wir haben die Basis des Gegners erobert, das ist schön. Ich hoffe, ich nehme gerade auf. Ja, ich nehme gerade auf. Ja, ich weiß, es geht los, aber ihr seht mich gerade noch nicht. So, jetzt seht ihr mich, dass ich mich bewege. Ah, wo geht's, wo kann man hier denn schön lang? Hier würde ich sagen. Drohne hat auch eine nice Lackierung. Das ist ein Auffangbecken. Oh, das war ein Fehler. Ich brenne zwar. Nee, ich brenne nicht. Ich hab ein bisschen Struktur verloren. Ich bin aber ein bisschen langsamer, glaube ich, als der. Der kleine Freund da. Schieß ihn ab, schieß ihn ab, schieß ihn ab, schieß ihn ab, schieß ihn ab. Ich muss so oder so in die Base. Bad Game, Alter. Habt ihr schlecht gemacht. Hab ich das jetzt richtig gemacht? Ich gucke jetzt mal ganz schnell. Ja, ja, passt, passt, passt. Easy, alles easy. Bad Game, Alter. Ich hab mir das anders überlegt. Ich nehm einen anderen Weg. Was ist das denn da? Ist der Bedeut part? Kann sein, dass mein Neutronen gerade zerstört wurde. Kann sein, muss aber nicht sein, ne? Jemand hat mir den Kegel geklaut. Ich könnte ausrasten. Von da kommen welche, habe ich so die Vermutung. Und mein Zaun wurde zerstört. So, nicht nochmal. Nicht nochmal, mir jemand. Nicht nochmal, bitte, dass jemand mir den Kegel hat. Ich will nicht mal Abschusshilfe bekommen. Leute, was war das gerade? Aber ihr habt gesehen, ich über Survival ab und zu... Also ich Survival schon ein bisschen besser. Das ist gut. Eigentlich muss ich ein anderes Ziel machen, aber... So, ich mache das gerne, hier. Nächste Folge könnt ihr gerne mal... Also nächste Folge könnt ihr gerne einschalten. Nächste Folge Crossout, weil da mache ich was Schönes. So, ich mache das. Von hinten. Kommt noch einer. Ich seh ihn, ich seh es. Bitte nicht, Schreibstift, dank. Den brauch ich noch. Ah. Mann. Das ist blöd, weil ich nur jetzt keine Benzin mehr bekomme. Hm. Ich mache einen kurzen Cut hier rein. Obwohl, ich mache keinen Cut hier rein. Also überall, wo unverkäuflich steht, also wie hier zum Beispiel. Das ist einfach, dass der das aus einem Pack bekommen hat wahrscheinlich. Weil alles, was man aus so einem Pack, also so einem Container bekommt. Nicht Pack, sondern aus so einem Container. Weil die kann man, die Sachen kann man nicht, also manche kann man nicht verkaufen. Also das kommt jetzt aus einem Abenteuer-Container, weil die Sachen, die kann man nicht verkaufen. Und wir haben verloren. Ja, trotzdem habt ihr ein Cut-Game verdient. Ist jetzt eine etwas kürzere Folge, meine Freunde. Aber macht nichts. Ich save das mal ganz kurz als Blueprint. Als Blueprint. Ach, da unten kann man auch auf Teilen klicken. So kann man schnell eine Test-Fot machen. Kann ich euch die Nummer ganz kurz zeigen. Das würde, das wäre ein ganz schneller. Den kann man jedoch kaum lenken, so schnell ist der. Erstens ist der schnell, zweitens habe ich sowas von gute Reifen da drauf. Dass man den eben nicht lenken kann. Und so kann man den erst recht kaum lenken. Genau, der ist nicht gerade stark. Also wie ihr seht, der ist nicht gerade stark. Ist halt eher ein, ist halt Speed Corsaris. Ist halt eben ein kleiner, schneller Tank. Ich kann hier irgendwas zum Explodieren bringen, das ist schön. Aber bis ich da durchkomme. Endlich, ich bin durch. Ach, da ist ein Treibstoff, danke. Oh, also den kriegst du kaum weg. So, und zum Abschluss zeige ich euch nochmal schnell was Schönes. Einmal hier. Genau, und Lichter ist natürlich auch hier auf dem. Ich würde sagen, mit dieser schönen Explosion, war es das mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, zeig es mir mit einer positiven Bewertung. Ich glaube, ich... Ja, komm. Skorpien. Skorpien. Ich kann wieder nicht schreiben, ne? Skorp... Skorp... Skorpking, nenne ich den jetzt einfach so. Weil ich es kann, Alter. Das ist der Skorpking. Gut. Ja, mit der Explosion und mit diesem Namen. Dankeschön. War es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, zeig es mir mit einer positiven Bewertung. Und wenn du noch kein Teil der FBI-Army bist, aber es werden möchtest, kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen, da die Apo-Box ein bisschen rumspinnt. Ähm... Ja, Leute. Haut rein. Man sieht sich. Bis dann. PIKK! PIKK! H Tapiert! Dann!